Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den DR Prepare Tischventilator, einen kleinen Turmventilator mit 30 cm Höhe und drei Stufen vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der DR Prepare Tischventilator ist kompakt und leistungsstark, ideal für die Schreibtisch- oder Nachttischnutzung. Trotz seiner geringen Größe bietet er eine starke Leistung und sorgt für eine angenehme Abkühlung. Ein besonderes Merkmal dieses Ventilators sind die drei Geschwindigkeitsstufen, die es euch ermöglichen, die Luftzirkulation nach euren Bedürfnissen anzupassen. Ob sanfte Brise oder stärkere Luftströmung, dieser Ventilator bietet die passende Einstellung. Der Ventilator verfügt über eine oszillierende Funktion, die eine gleichmäßige Verteilung der Luft im Raum sicherstellt. Dadurch wird der gesamte Raum angenehm gekühlt. Mit seinem modernen und schlanken Design passt der DR Prepare Tischventilator in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung. Er ist leicht und tragbar, sodass ihr ihn problemlos von einem Raum in den anderen bewegen könnt. Zusammengefasst bietet der DR Prepare Tischventilator eine effiziente und platzsparende Lösung für eine angenehme Raumluft. Wenn ihr nach einem kompakten und benutzerfreundlichen Ventilator sucht, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal.